Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii, aber ohne die 100 gelben Münzen. Nicht 100 gelben. Star Coins, ihr wisst was ich meine. So, hier wäre eine Star Coin gewesen, die für den Singleplayer mies gewesen wäre. Aber juckt mich ja wieder insofern nicht, weil... Das tut mir nicht alles fernab. Hä? Ja, das ist sehr schön. Let's go! Ja, ich dachte mir hier halt, das Spiel... Ich spiel's eh wieder. Ich lieb es und deshalb spiel ich's eh nochmal. Also wieso soll ich's dann nicht gleich noch aufnehmen und hochladen? Vielleicht will's ja jemand sehen. Juckt's mich, wenn's nicht so ist? Ich würd mich. Ja toll, es ist da nichts mehr. Heiche mit meinen Power-Ups zu spenden hier. Ich glaube, dass ich hier noch dran sterbe, dass ich klein bin. Hier kriegt man nix draus, wenn man groß ist. Ich glaub da auch nicht. Vielleicht wäre da mal so ein bisschen spekulieren mit den Fontänen. Wenn ich's jetzt natürlich hier noch alleine durchgespielt hätte, dann wäre ich nicht... Ist das hier voll der Pro? Ich muss mal kurz weg. Bis dann. So, diesmal war's aber nichts mit Soundtest. Wie ist denn noch ein bisschen mehr interdessen? Was ist denn das, was ich heute Morgen? Den lassen wir's mal 초-2-2-2-2-2-1-2-2-2-2-2-2-2-2-1-2-2-3-2-2-3-2-2-2-2-3-1-2-2-2-3-2-2-1. Bisschen langt sie aber schon am Schluss. Was ist das? Was hast du mit Holz? So, ich wollte nur zeigen, was ich es kann. Ich habe es nämlich echt drauf gemüht. Zumindest... ...ein Verhältnis zu den Leuten, mit denen ich spiele. Es gibt da Leute, die gehen da sowas von ab. Da kann ich natürlich nicht mithalten. Aber... Wie gesagt, in meinem Freundeskreis bin ich da ziemlich gut drin. Äh, was sind deine Freunde für Loops? Ja, die können nicht mal... Let's go! Welt 2-2 Nehmen wir mal so ein Passwort. Ach, wobei ich kann hier... Schhhh... Hallo? Wie ist das? Wie ist das? Ja! Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wichtig ist das? Wichtig ist das... Wir müssen mich sehen. Ah! Wenn das geschnürtet wäre. Ich habe zwei Abs. Müsste ausspringen. Ja! Juhu! Juhu! Also! Schöne Pose für den. So, hier. Für Gielis nicht wissen. Ich ging gerne heranke hoch. Also, ich tue die Hose. So sieht, dass der mich nach vorne macht. Ja, ich... Klingt gerade nicht so ein bisschen. Ich mach's. Oh, das sieht hier aus. Ja! Ja! Ich mach's. Ja! 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 Okay! Ich hab' ja, das ist nicht! Aber wenn das nämlich ein bisschen... Wenn ich mit mir mit, mit den Türkei gefroren hätte, dann hätte es wahrscheinlich sogar funktioniert. Aber man weiß es nicht. Ich glaube hier in Welt 2 ist es schon mehr Level auf jeden Fall. Boah, hier wieder strange Geräusche auf dem Rechten. Was auch immer das ist. Ja, und hier machen wir unsere Eisbrille auch nice. Logisch. Ja, und hier machen wir unsere Eisbrille. Wir haben uns auf dem Rechten. Das ist so, dass wir die Eingang spielen. Ich habe das Gefühl, dass ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Wie ist die Aufmerksamkeit? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, wie ist denn das? Oh, wie ist denn das? Oh, wie ist denn das? Ja! Ja! Super, mega, sterben! Hallo! Oh, es kann ich hier ja mit dem Schläger nicht mehr. Ja! 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 Ja, so ist er relativ weit. Ja, so ist er relativ weit. Ja! Schon! Was ist denn mit Scherz hier? Ja! 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 Das geschieht nur aus Liebe zum Spiel! Ja! 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 Da, 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 da. Und hier? Wieder was im Rade ist, die die geil unsichtbar sind, aber sie sehen sich nicht. Also, wir sind sie nicht im Griff. Und sie sind da. Und sie sind die June. Machen wir es noch zu bei der Hand. Die wir vielleicht beurten. Und wir müssen uns auch nur... Los, geile dich! Tja! Drei Minuten. Ach, da wäre bestimmt noch irgendwo den Feuerblut gewesen. Die hätten wir natürlich nehmen können, das wäre schön gewesen. Warte, 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 warte. Soll ich so an? Mach's! Da ist ja nichts mehr. Tschüssi! Tschüssi! Ja, bloß! Ihr könnt mich doch alle mal... Joa, der fliegt wieder. Wer hätt's gedacht? Abhaus kann ich glaube nicht wirklich machen. Das wird ein Problem mit der Steuerung. Oh, darum verschwinden wir einfach ins nächste Level. Ja, sorry, aber die Tots, die können mich einfach mal. Die können mich doch einfach mal. Oh, ich bin so goskig. Ui, ich schaue nicht hin. Ich schaue die Starcoil. Ja! Dann wäre ich nur safe. Die Exe kommen doch auch nicht, der wäre da oben. Oh, komm, war das nötig. Man muss ja da oben stehen, soviel Scheiße. Ja, aber das haben wir uns abgeholt. Ich weiß den Witz haben. Hab ich wahrscheinlich schon, ich weiß nicht wie oft gebracht. Ich schie auf die Uhr und... Ja, wir haben auf jeden Fall noch Zeit. Hier ist ja eh kein Secret Exit. La, 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 la. Drum geht das auf. Die Verhandlungen sind nicht rum. Und das war jetzt rum. Ich hab's nochmal ausgekündigt. Ja, wobei ich übrigens ein Problem hab. Eigentlich will ich auch Super Mario Wars Wii Let's Play machen. Also... Super Mario Wars Wii Let's Play. Super Mario Kart Wii Let's Play. Ich will gar nichts nicht richtig. Aber da hab ich ein Problem, dass das nicht ganz flüssig läuft. Das hier geht einigermaßen. Aber... Bei den Kart... Das will ich... Ach, schnell! Der Kart... Der Kart... So, ach, ne. Der Kart... Kommt vielleicht... Ähhh... Die... 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 Vielleicht mehr auch. Okay, gut. Nein, ich weiß nicht, dass es bei ihm jetzt mal scheinen lässt. Das ist für uns. Was ist das für uns? So, nein. Unter uns, die bewegen sich übrigens noch sehbar. Die Star-Trends auch. Das hat keine Ahnung, was da geht. Vielleicht kennt ihr euch da ja aus, wieso das Leide der Ebulatoren ausstellen kann, das aber bestimmt auch recht gut. Und dann Tei-Format muss, die beim Programmieren verwendet werden. Das weiß ich halt nicht. Dann bin ich halt gut. Mich reizt das schon hier jetzt, das hier auch noch in einer, ähm, zweimal zu schaffen. Aber wir müssen halt schon noch hier einige Sachen. Zwei Welten, dann noch wahrscheinlich ein Overworld-Kampf, weil da kommt man eh nicht drum rum. Und dann kommt man das ab. Bis zum nächsten Mal. Oh, ich... Okay. Ich will die Kompromission. Oder ich... Ein Abt! Na toll! Ein Abt, wieso? Auch nichts. So, nicht wenn... Wenn ein Abstandsimpfen ist. Oh, das ist ein Bist! Ja, ich bin... Da sind wir jetzt wieder. Ah, das ist ein Bist. Oh, ich bin nicht auf, ja. Ach so, fehlt, dass wir das Wunsch haben, ist egal. Ich kriege eh alles. . . . . . Ich kann es nicht. 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 Niiis! Okay, Mario time! Oh, Yoshi sagt Bye Bye. Tschüss Yoshi. So, ich schau noch mal. Das ist sicher ruhig. Den Kampf machen wir auf jeden Fall noch. Und Castle, dauer die an. Ah, ich weiß nicht. Dauer die in Castle. Dauer die an sich nicht lang. Das ist einfach. Zacka, Bäm. Drei Pilchies. Drei Pilchies. Ich stopp gleich mal meinen Timer. Sonst muss ich da nehmen ja. Wir werden die Spiele hier stoppen. Wir machen das auch noch. Wir können hier ja ein bisschen überziehen. Wir können hier ja ein bisschen überziehen. Wir können weh. Drei Pilchies. Und hier... Ich hab' nie kurz anischem gesagt. Ich weiß nicht, was was alles was ich versuche. Oh, nur wenn er sich so schnell bewegt. Tag, hier können wir das gleich noch machen. Fing. Ich liebe die, die ich noch mal extra. Oh Gott, ich bin nochmals mit hoch, glaube ich. Ich weiß gar nicht, das habe ich, glaube ich, verstellt. Hoffentlich macht das jetzt nichts. Ich hoffe, das macht nichts. Man hört mich, wie je und je. Ich bin scheiße, Mann. So, dann hängt es mir wenigstens hier nicht in der Fresse. Klack, klack. Klack, klack. Klack, klack. So, der Weg ist richtig. Nochmal, ja, nochmal. Oh, la, la, la. Oh, knapp hier. Ja, wenn wir die Münze nicht weggemacht hätten, hätten wir hier nicht durch können. Gut, rein, Mario. Hier, hier. Ja, die Blumen brauchen wir nicht. Wir haben hier eine. Inventar gibt es hier innerhalb des Levels ja nicht. Ist aber auch gut, dass wir das Spiel noch einfacher gemacht. Das Spiel ist jetzt nicht so übel schwer, sonst wäre ich da nicht gut drin. Aha. Wobei ich es mit Jump in Drums schon habe. Mag das, kann das auch schon. So, und hier ist was voll geiles. Dann könnt ihr warten, bis er da runterkommt. Genau. Ach, jetzt fährt er die. Nicht, das muss ich nicht. Ich bin mal, ist das hier wirklich voll gechillt. Oh, kack, da ist er nicht. Zack. Schlüssel wieder episch geholt. Der ist so episch, war es diesmal nicht. Aber wir haben ihn geholt. Oh, oh. Sonst kommt man nicht weiter. Wir mussten ihn holen. Der wurde gezwungen. Und, oh. Er fliegt schon wieder weg. Überraschung. Oh Gott, wen juckt das noch? Come back. Was, come back? Ach so, komm zurück. Okay, das macht sogar Sinn. Oh, die Welt ist groß. Da werden wir zwei Parts brauchen. Das suche ich gar nicht mehr. Ich will vor allem auch einen, der wir zweimal machen. Oder können wir das überspringen? Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall beendet ich den Part. Wir sehen uns. Bis dann, Leute. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020